Pilsum Leuchtturm in Ostfriesland. Das ist der Leuchtturm aus dem Mottofilm. Es ist Sonntag, der 13. Mai 2012. Nachmittag um 3. Das Wetter ist leicht bewölkt. 15 Grad. Hier ist das Wartemeer im Hintergrund. Das ist die Reppe. Und hier ist der Turm. Hier ist das Ostfriesland. Und hier ist das Wartemeer im Hintergrund. Das Wartemeer im Hintergrund. Und hier ist das Wartemeer. Vielen Dank.